hahaha einer noch einer hat sich noch versteckt wir können ja versuchen mit ihm zu teeln was dem wir töten den ich will spielen mit dem gegner ok ich hab auch zu viel er ist immer wieder hier warte hier muss immer einer sein wir sind einer wir sind einer zwei wir haben immer was geben guck mal nimm das unser Segel ist gewonnen Achtung nein ich bin mit dem ja episch ich lobby ja ja episch aus sieg wird krone sieg ex jawoll episch ach ich habe jetzt aber auch eine eckesam jetzt war sogar richtig 15 kids haben gemacht ja sauber dann geht es jetzt auf ins bett ich wünsche eine angenehme nachtruhe wünsche ich auch die dann sehen wir uns bestimmt die tage nochmal gehe ich auch von aus tschüss das weiß ja auch wie das mikrofon angeht das und damit hast du so geprahlt was soll das heißen nicht so es ist ja naja es ist bestimmt sehr spät du musst mich nicht verhöhnen dann ist ja nun was dagegen lass mich dann ja nein überhaupt nicht ja ja die in die nach die die da Damit hast du das Gegenteil bestätigt. Lady Schädel, was sie als echten Wieseladen ist, Timing. Schwerer Treffer. Na komm, wo ist denn das Schiff denn jetzt? Ich hab das Gefühl, wir haben die gesamte Galaxie verärgert. Zumindest einen großen Teil davon. Der hat gesessen. Rock, das tat weh. Krach, der Welt. Schützen unsere Kanäle. Dieser Typ klingt langsam wie Rocket. Das wäre ein Sprach-Effizient-Quill. Alles okay da drin, Cap? Halt, Stil, ja, zeig ich es dir. Mein Schiff! Wir haben es hier auch nicht. Jawohl. Nein, ich bin Larry. Jawohl. So läuft das. Nimm das, Lady Mistbacke. Ich glaub, von der werden wir noch hören. Um Lady Hellbender kümmern wir uns spät. Jetzt müssen wir erstmal nach Xander. Geht Gas. Jetzt könnten wir Drax wirklich brauchen. Oh nein, das willst du nicht. Das ist dein Gehauf, Gamora. Verschaff uns Zeit, Ruth. Okay, Sprengelung. Nichts ist es keines der Male, wo es dein Gehicht frisst. Geh es so, du vermisst mich. Was? Wir schaffen das. Irgendwie. Stopp! Ich werde diese Dinger gleich auf dem Stolzplaneten getötet haben. Vielleicht sind diese Dinger auf Sanklauze, was wir hießen könnten in Australien. Ich bitte keine gute Stelle, um zuzustecken. Bleib den Bauch an. Die kommt schon an einem 50. Markt. Okay, ich nehm's zurück. Es wäre nützlich gewesen, die normalen Drax dabei zu haben. Wie stehen die Chancen, dass die Dinger hier leben? Vielleicht stammen sie gar nicht von Zegnauf. Und Hellbender hatte sie ursprünglich von hier. Oder vielleicht ist Hellbender hier und verfolgt uns bis zum Ende der Galaxie, weil sie unseren Tod will. Hellbender will unseren Tod. Ist euch klar, was das bedeutet? Wir werden alle sterben. Ich denke, ich weiß, was jetzt kommt. Es bedeutet, dass wir ein Team sind. Wenn wir jemanden anpissen, dann pissen wir ihn gemeinsam an. Ich meine, das sieht sich in meinem Kopf besser an. Wasser, Nebel und Monster. Was zum Flark ist bloß los mit diesem Mord? Es gab hier schon immer eine große Macht. Spürt ihr das? Was zum Flark? Wir sind zwei. Zwei Marsch. Mantel? Haben diese Dinger irgendwas mit dem zu tun, was wir suchen? Nicht eindeutig. Aber ich denke eher nicht. Was meinst du, Will? Neue beste Freunde? Ja, ihr. Flark ist alles Programm. Wie wüsste ich, Ken? U-U? Programm? Flark ist alles mit dem Panzer verbunden. der würde sagen naja verdammt okay da wird so ein bisschen anders verfahren spürt ihr das was zum fliegen es sind zwei zwei was Mantel haben diese Dinger irgendwas mit dem zu tun was wir suchen nicht eindeutig aber ich denke eher nicht was meinst du Quill neue beste Freunde ja ehrlich machen wir sie entbauen sie müssen sich kennen oh 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 Achtung meine Klinge kratzt diese Dinger kaum an jetzt könnten wir Dregs wirklich brauchen ich fühl mich wie in Wappador uh Struthosen Sternhosen Seht mal ach schon gut ihr seid bescheiden Hackfleisch Gamora Wollt ihr sie aufbauen ha ha zu langsam aber sie haben es versucht den hab ich klapp gemacht und dann aufgezählt du rückst Peter vielleicht freuen sie sich nur sehr uns zu sehen oh nein niemals Leute Gruppe bilden wir räumen da draußen groß auf Quill siehst du ihren Gesichtsausdruck wenn ich von oben herab stoße und sie in Streifen schneide ha 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 oder den wenn sie erkennen dass Gruzi in einen Bogen eingespannt hat ja hätte nie gedacht dass ich das mal sage aber es macht Spaß mit euch zu kämpfen ok klar wir haben da draußen einfach ein riesen Spaß wir ballern rum und amüsieren uns prächtig aber wenn wir unseren Fokus verlieren wenn wir die verrückten Gedanken nicht loswerden die uns durchschütteln dann sind wir erledigt wer ist dabei das sie nein ich glaub nicht dass du mit denen kommunizieren kannst Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop – Alles, was ihr braucht. Das siehst du? Ja, bei mir. Jawohl, Ete. Hallo, Kovacke. Was geht ab? Sollst du mit uns spielen? Hier, guck euch einmal zu. Okay. Das sind wir noch mal entspannt. Ach, er mit seinem Laserschwert denkt auch, er kann irgendwie gegenhalten. Sagt, das war's. Nur, weil ich eine Granat an der Tür gemacht habe. Ja, reicht doch. Mh. 42. Bereit drücken, oder wie kommt da noch jemand? Nö, kommt gerade keiner. Oh, da ist die Glit am Bus? Es, es gibt, es lebt nur noch einer. Naja, und jetzt gleich sein ganzes Team wieder wahrscheinlich. Ja, egal, wir sind zu viel. Die haben wahrscheinlich dann auch nicht die Besten. Der ist in der Zone noch gestorben. Da ist der Dude in der Zone gestorben, wo er die anderen gerade wiederholen wollte. Das glaube ich. Ja, irgendeiner ist gerade gekommen, glaube ich. Okay. ja zwei sekunden zwei sekunden alter zwei sekunden und ich werde tot gewesen ja jetzt geht's noch mal richtig weiter das war die finanzspritze die ich brauchte jetzt knall ich ja alles voll hier so mein junger das buffet ist bereitet du musst nur zugreifen ach nicht so schüchtern nicht so schüchtern und 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 das wird teuer das wird teuer und das war's schnitz bist du im chat schnitz und Oh, das ist ja auch ein Wettbewerb. Ja, das ist ja auch ein Wettbewerb. Okay. Okay, der beeindruckte mich jetzt so wirklich mal so gar nicht. Oh, das ist ja weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bam Dann nächsten setzen Zuck 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017